Hi, herzlich willkommen zum Mythos Monday. In dieser Videoreihe werde ich dir jeden Montag einen Mythos vorstellen und dir verraten, ob er wahr oder falsch ist. Mein Name ist Marie, ich bin Hypnobirthing-Kursleiterin und Mama-Coach. Alle weiteren Infos zu mir und meinen Kursen findest du unten in der Beschreibung. Ich möchte gerne mit dem ein oder anderen Mythos rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett aufräumen und habe dir deshalb heute folgenden Mythos mitgebracht. Eine natürliche Fehlgeburt ist gefährlich. Du musst in jedem Fall eine Ausschabung machen lassen. Was meinst du? Wahr oder falsch? Ganz genau, das ist falsch. Wir gehen hier natürlich davon aus, dass es eine komplikationslose Fehlgeburt ist, dass es dir gut geht und dass du keine übermäßigen Blutungen hast, keine Entzündungswerte im Blut, kein Fieber, sondern dass es dir im Grunde körperlich gut geht. Und in diesem Fall ist eine Ausschabung nicht zwingend notwendig. In diesem Fall kann man dem Körper tatsächlich die Zeit geben, die er braucht, um diese Fehlgeburt alleine einzuleiten, damit dein Körper diese Geburt selber schaffen kann. Man nennt das kleine Geburt und in diesem Fall kannst du dein Baby auch zu Hause zum Beispiel auf die Welt bringen. Was viele Frauen auch nicht wissen, du hast in diesem Fall ein Anrecht auf eine Hebamme, denn du bist schwanger und du darfst dir eine Hebamme zur Seite nehmen und diese Hebamme betreut dich im besten Falle vielleicht sogar während dieser kleinen Geburt und ist für dich da. Das heißt, es muss nicht zwingend eine Ausschabung sein. Du kannst auch bei dieser Hebamme zum Beispiel Blut abnehmen lassen in regelmäßigen Abständen und man kann den HCG-Wert kontrollieren, der langsam absinkt und dann weißt du auch und die Hebamme auch, dass sich etwas im Körper tut. Das braucht natürlich viel, viel länger, so eine natürliche Fehlgeburt, einen natürlichen Abgang abzuwarten, als wenn man eine Ausschabung machen lässt. Es gibt Frauen, die möchten lieber eine Ausschabung haben, weil sie dann mit dem Ganzen abschließen können. Es gibt aber auch Frauen, die möchten gerne warten und sich von dieser Schwangerschaft verabschieden. Und in diesem Fall, wenn, wie gesagt, bei dir im Körper alles okay ist, dann kannst du auch gerne diesen Weg wählen und musst dich nicht von irgendjemandem dazu drängen lassen, für eine Ausschabung ins Krankenhaus zu fahren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib diesem Video sehr gerne ein Like, teile das Video und abonniere natürlich auch den Kanal. Weitere interessante Videos findest du hier. Wir sehen uns im nächsten Video. Deine Marie.